Nochmal. Auf dem Dach! Mach das Dachplatz! Achtung auf das Dach! Die Werke dran an! Los! Der Gasse! Schießt das Lass los! Verdammt, ich schreie! Das ist der Stile! Verbrechtung! Geh so viel vor, rück! Verdammt, verdammt! Wir können die Däzigen aufnehmen! Verdammt! Scheiße, wir sind in der Schwere beschutzt! Weitere Bogen! Vorsicht! Stutzelt den Anmarsch! Weitere Anmarsch! Tänkungen neutralisiert! Und bleib liegen! Klate da! Deck dich! Deck dich! Wir haben die Gelnach! Freuer nach Bogen! Schraubflinte auf dem Feld! Freue ich mich schon, wenn ich da dran vorbei bin. Feinde beim Arschiert! Ich bin weg! Ich bin weg! Sie rücken vor! Liegen Sie uns! Feinde ist tot! Alle nach draußen! Bei dem Sturm hört man keine Befehle, also pass auf dich auf! Der Sturm ist zu stark! Wir müssen wieder rein! Wir können nicht zurück! Den ganzen Hof wimmeln's Nusruf und schützen! Scheiße, schau sie los! Rucker! Was haben wir hier verraten? Ich glaube, ich bin auf der Reise! Wenn gut, dann geh vor! Ich kann mich nicht! Feinde bewegt sich! Vorsicht! Neutralisiert! Umrennung, ja? Ja, verfluchter Mist! Ich werde einen Monat lang Sand spucken! Nicht zurücklehnen, wir müssen weiter! Jede verlorene Minute kann darüber entscheiden, ob ein Soldat lebend heimfliegt oder im Leichensack! Das sind Spuren, die zum Aufzugsschacht führen! Mal sehen, was in dem Rattenloch ist! Ja, bin ich gespannt! Ja, ähm... Dubai, Sandsturm! Aber Vorsicht, Gentleman, wir sind hier nicht allein! Seltsame Menschen, die hier wohnen! Hier unten hat definitiv mal einer gelebt! Was man so Leben nennt! Ich nenn's Überleben! Ist wahrscheinlich schon seit den ersten Stürmen so! Das Leben ist hart, ist aber kein Grund, Soldaten zu killen! Der Amerikaner oben hat ihnen einen geliefert! Ja, aber warum? Wüsste ich auch gern! Ja! Da vorne ist Licht! Geh nachsehen! Du bist der Boss! Ihr seid schon runter und habt mir nichts gesagt, ja? Koffer! Sieht aus wie ne Art Lager! Von hier haben sie vermutlich die Geisel! Kommen wir runter? Kommt, mir nach! Holy freaking! Wer steht denn hier anders auf? Und cool bleiben! Hier unten gibt es Zivilisten! Möte Bude! Seht ihr diese Scheiße? Seidenvorhänge, Tafelsilber, Kristallgläser! Scheiße! Die haben auch ein Piano? Ich hab den falschen Job! Lugo! Steh! Sorry! Ich will hier trotzdem nicht wohnen! Das sieht so... Wo sind die denn? Überdein alle! War geil! Oh Gott! Diese Soldaten wurden massakriert! Nein! Sieh dir die Anordnung an! Das war eine Exekution! Wie die Kabuler Todesschadronen! Scheiße! Ja! Scheiße! Scheiße! Er nennt ihr mich kennen? Hier ist wer! Folgt mir und seid leise! Wir machen so weiter, bis Sie mir sagen, was ich wissen will! Wie viele Soldaten sind beim Wasserdekort stationiert? Halten Sie sich ran, Agent! Die 33. ist schon unterwegs! Die Damned wird sie nicht retten! Als die Damned desertiert ist, hat sie ihre Eier verloren! Idiot! Hier wär's friedlich, hätten Sie nicht die Leute aufgestacht... ...wieder Soldaten zu töten! Habt ihr gemeint, wir wehren uns nicht? Wir hatten es gehofft! Die CIA fängt nichts an, was sie nicht beenden kann! Das könnte er jetzt beweisen! Ich sag nämlich gar nichts mehr! Nein! Was? Nicht feuern! Die Waffe runter! Sehe ich so dumm aus? Nein, und deshalb werden Sie die Pistole woanders hinrichten! Nehmen Sie erst Ihre runter! Daraus wird nichts! Haben Sie einen Namen? McPherson, First Lieutenant. Sie? Walker, Captain! Wir fanden Ihren Freund im Flugzeug, er sagte uns, wo wir sie finden! Ach ja? Wo ist er? Er hat's nicht geschafft! Wieso wundern mich das nicht? Denken Sie, wir haben ihn getötet? Hab ich nicht gesagt! Sie sagen überhaupt nicht viel, Lieutenant! Artikel 4, Captain! Sprechen Sie mit meinem Commander! Und wo ist er? Im Moment ist er vermutlich unten! Ja, bestimmt! Warten Sie doch hier! Ich hole ihn! Ja, macht das! Tschüss! Check die Leiche! Nicht sabbeln wie hier! Er hat auch frei, er hat keine Artikel umzuschalten! Lüg nicht! CIA-Marken! Scheiße! Das hat uns noch gefehlt! Du lässt ihn gehen? Wieso? Ich erschieße keinen US-Soldaten-Logo! Und wir können ihm zur 33. folgen! Runter geht's! Oha! Verdammt! Alles CIA-Zeug! Du hast veranscheinend dir versteckt! Zivilisten als Schutzschild nehmen? Nicht gerade eine heldenhafte Taktik! Ist normal für die CIA! Ja, aber US-Soldaten zu killen nicht! Ich kenne die nicht, aber sie sind von der CIA. Wer sollten die sonst sein? Die kennen unsere Order! Da sind sie! Rettet sie! Kinko! 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 Das waren Soldaten! Welche von uns? Es war Notwehr! Das macht's auch nicht besser! Soll's auch nicht! Ja. Ja. Ich werde noch ein bisschen länger durch als ein Kollege. Geh zurück! Da vorne ist Tageslicht! Das ist unser Ausgang. Los! Hier geblieben! Stehen bleiben! Und sie sich selbst eingefallen! Was? Die geile Draht! Das ist der Jahr Zivilisten! Attacke! Mist! Feuer erwidern! Das ist nicht! Ich hätte was, wenn wir sie nicht hätten! Los, feier! Bereit machen, Jungs! Wir haben Kontakt! Schwärmt aus und nehmt die Frontlinie! Alle Wand ausschwärmen! Jetzt sind wir am Boden, die Arschlöcher! Rücke vor! Ich habe einen! Ich habe einen! Zurück! Das hält sie auf Trab! Wovon redet ihr? Alpha-Schützenteam! Bravo 2! Wir sind unterwegs! Rückt vor! Geh da runter, verdammt! Okay, rüber damit? Töten sie! Feuer einstieg! Wir sind nicht von der CIA! Wir sind nicht von der CIA! Wir sind nicht von der CIA! Herrgott! Wir sind nicht von der CIA! Er ist ungedeht! Okay. Ich muss wohl weiter vor. Schleser-Ziel-System der P-19. Das ist unser Ausgang. Los! Wir geblieben! Stehen bleiben! Tun Sie sich selbst ein, der Fall! Was? Die 33. Jahrzehnte Zivilisten! Attacke! Los! Feuer erwidert! Los! Los! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Nach rechts verlegen! Trübt die Probe! Deine Erfsche! Formation halten! Okay, nochmal. Hör! Alpha-Kristen-Team! Feuer einstieg! Hm. Ich wurde wohl von der Seite erschossen. Nochmal. Ich sehe irgendwie nicht, wo die anderen sind. Naja, macht nichts. Vorne ist Tageslicht. Das ist unser Ausgang. Los! Hier geblieben! Stehen bleiben! Tun Sie sich selbst ein, Gefallen! Was? Wie kein 30. Jahrzehnte Zivilisten! Attacke! Feuer erwidert! Das sind Verdammten! Die töten uns, wenn wir sie nicht töten. Los, Feuer! Schwärmt aus und nehmt die Frontlinie! Alle Mann ausschwärmen! Pick-up schneiden! Aufrücken! Ich bin fast leer, muss nachladen! Ich bin fast leer! Ich bin fast leer! Geht rein! Geht rein! Ich bin fast rückun! Schraubflitter im Anmarsch! Geht in die Front! Ach! Der Fall verweht sich! Du hast es! Die Messe sind fertig! Bringt die Lungen! Wir haben einen gefallenen Verdammt! Feuerschutz muss nach Verheiratung erholen! Vernichtete Tendung! Wartet! Gebt mir Deckung, ihr Penner! Feuer! Da! Feuer! Feuer! Ja! Da ist mir gerade einer nicht verspannend gelaufen. Ich für die AK nicht, doch ich habe noch ein bisschen. Da kommt einer mit einer Schrotflinte! Da kommt einer mit einer Schrotflinte! Das waren alle! Ach komm, nehm ich die M4A1! Das muss ich ja nicht so krähen! Ich will immer mit Schiff laufen! Ich will immer mit Schiff laufen! Okay, wir müssen weiter, bevor noch mehr von denen auftauchen. Noch mehr amerikanische Soldaten? Deserteure! Und was machen wir? Wenn wir was tun wollen, müssen wir John Conrad finden. Was bringt das? Du sagst doch, die sind desertiert. Conrad ist zu Pflicht bewusst. Die 33. Mag desertiert sein, aber der Colonel hätte da nicht mitgemacht. Wahrscheinlich, klar? Das macht dich so sicher. Nichts. Weil ich den Mann kenne. Mach das mal auf. Kein Problem. Was für Hilfe? Ich bin ihr nachKO! Ich bin ihr nach viene! Ich bin ihr nach我的 Mann! Hübsch! Nein! Bitte! Ich will nicht sterben! Sie sind nachhause! Hübsch! Ich will nicht sterben! Wieso? Oh shit! Die werden alle töten! Wir dürfen das nicht zulassen! Tun wir auch nicht! Dann nichts wir runter da! Tempo! Ich weiß, viele von euch stellen sich jetzt die gleiche Frage. Warum? Nun, ich möchte euch dasselbe fragen. Es gab keinen Grund für all das. Es herrschte Waffenstillstand. Ihr habt ihn gebrochen. Ihr hattet die Chance, euch zu ergeben. Ihr wolltet nicht. Wieso? Wieso habt ihr das gemacht? Ihr wolltet es so. Nicht wir. Das einzige, was ich euch anbieten kann, ist ein Liebeschiff. Das ist ein Liebeschiff. Oh, scheiße. Warte, 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 warte. Was? Stände Gegner lassen sich die Waffen erst fallen, wenn sie wirklich tot sind. Nein, bitte. Ich will nicht sterben. Die 33. treibt Zivilisten zusammen. Wieso? Oh, scheiße. Sie werden alle töten. Wir dürfen das nicht zulassen. Tun wir auch nicht. Dann nichts will. Tempo. Ich weiß, viele von euch stellen sich jetzt die gleiche Frage. Warum? Nun, ich möchte euch dasselbe fragen. Es gab keinen Grund für all das. Es herrschte Waffenstillstand. Ihr habt ihn gebrochen. Ihr habt die Chance, euch zu ergeben. Ihr wolltet nicht. Wieso? Wieso habt ihr das gemacht? Nicht wir. Sie bewegen sich. Sie bewegen sich. Ich bin weg. Ich bin weg. Ja. 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 Fuck, hier wimmelt es nur so von Soldaten. Erledigt sie, solange sie ungedeckt sind. Lasst sie nicht entkommen. Wir sind wie wir aufbauen, aufbauen. Er schießt den Gegner. Jetzt pass mal gut auf. Ziel ist tot. Das ist wie ein Scharfschuss. Der Gegner ist tot. Verkommt einer mit der Scharfflinte! Einer weniger! Gegner ist tot! Geht mir sehr hoch! Ich brauche eine Blitzkarnate! Speziallieferung! Lass nach, gib mir Deckung! ... ... ... ... ... ... ... Feinden mit Schrockflinte unterwegs, passt auf! Hör auf den Blender! Okay, immer weiter runter! Und haltet die Augen offen! Finger ohne Deckung, der will in den Helm gespielen! Gehen, Deckung! Gehen, Deckung! Gehen, Deckung! Kommt aus der Deckung! Scheiße, die Kerle gibt nicht nach! Hör auf den Schrockflinte unterwegs, passt auf! Da sind wir wieder runter! Beweht noch, beweht noch, beweht noch, laut! Feind bewegt sich! Magazinwechsel! Feind kommt aus der Deckung! Untertitelung des ZDF, 2020